hallo und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile video und heute möchte ich ein paar versus angriffe spielen und vielleicht ein eins gegen eins spiel mal schaut so wir starten mal hier in versus angriff ich habe jetzt eine gesamtstärke von 81 besser bin ich leider noch nicht ich habe leider nicht so die zeit wie sagen wir mal beim master fuller weil ich habe ja ein vollzeitjob falls es welche wissen wollen so ich bin nicht der ganze profi hier in versus angriff also kann sein dass ich auch mal verlieren oder ich bin jetzt hier gegen ein ein gesamtstärkenwert mehr mal schauen was ich hier reisen kann so und wir starten so erst mal nach vorne hier so gucken ob ich mich jetzt blamiere oder 1 1 da hat schon tor gemacht so 22 aller der ist auch gut meine güte was habe ich jetzt gemacht so das war jetzt schon mal blamabel aber ich sag dir ich bin nicht so der 24 ok wenn hatten wir dann tor ok und 37 na super 48 na ich glaube das kann ich nicht mal aufholen so aussieht noch mal aus der ferne hier ich bin ja auch nicht so der weltmeister 4 zu 10 5 zu 10 5 zu 10 ich sag dir ich bin im böse angriff nicht so der weltmeister 511 mich verspottet ihr mich jetzt hier nicht naja ok dann war es halt so da machen wir noch eins hinten nach ich weiß ja nicht was ich hier verkehrt mache immer aber normalerweise ich gewinne auch spiele so ist das ja nicht so das ist mein team und jetzt sehen wir gleich 77 so der macht den daumen hoch machen wir das auch mal so so jetzt werde ich aber nochmals gewinnen so auf geht's oh nein das war schon mal gar nichts oh da hat ein guten torwart glaube ich da tue ich mich ganz schön schwer hier aha 1 0 1 0 so jetzt das 2 0 nein nein Gott jawoll das 2 0 bam es geht doch ich wollte hier runter spielen meine Fresse Hauptsache gewonnen gleich ja schießen wir mal von der ferne wieder so ecke bau ecke bau da war der torwart schnell steht 21 ja 3 1 ja 3 1 geht auch jawohl 4 1 ja nein ja bei manchen im live stream sehe ich ja bei juell oder bei josh star die machen hier ein paar mehr tore aber ich glaube hier haben noch eine bessere mannschaft wie ich ja ich habe jetzt 273 900 fans und pro pro 2 bin ich machen wir noch eins so wird geladen wird geladen so mal gespannt was wir jetzt bekommen warum ich keinen zustarken ach das gefällt mir manche scheißen irgendwie auf die chemie sehe ich mal aber ich kann auch noch nicht viel machen mit der chemie weil ich die spiele dafür irgendwie nicht habe das ist in die hose gegangen so so 1 0 wie 1 1 hütte es ist jetzt alter komm nach vorne jetzt mitsch werde ich ja wohl gewinnen hier jawohl 2 1 geht auch ja jetzt hat er das 2 2 gemacht ich fasse es nicht jawohl 3 2 3 3 man oh nein 4 3 sehr schön 5 3 5 4 6 4 ja jetzt klappt es doch hier noch 10 sekunden ja 7 4 jawohl wir haben das nächste nein ich wollte noch ein tor machen 7 4 das ist ok bekommen wir nochmal 7200 fans dazu so sehr schön dann öffnen wir das pack mal hier und wir haben 3 xp dazu bekommen und 1000 1000 1000 coins und 40 vip coins oder wie das nennt dann machen wir gleich das nächste hinten nach und dann denke ich mal machen wir noch ein 1 gegen 1 mal schauen 79 werde ich wohl packen hier oder mit der stürme noch packen das man hier und wir starten einfach mal nach vorne hier macht ihr das auch so oder wie macht ihr das ich wollte auch runter spielen hallo huu da hat gut gehalten ecken bin ich auch nicht der wahre king hier ach so 1 1 zu 2 alter was 2 zu 3 kommt schon ein bisschen schneller hier 3 zu 3 wieso spielt ihr nicht runter jawohl 4 3 es geht doch 5 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 9 9 9 9 8 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 13 Spannend, was der für ein Team hat. Ah. Bin ein Alkohol, der im Tor. Okay. Hm. So. Also da habe ich, glaube ich, nur ein Spiel bis jetzt gemacht. Eins gegen eins. Juhu. Schreibt vier Erfolg. Okay, dann machen wir das auch mal. So. Hm. Hey. Hallo. Nach vorne. schade aber egal gibt es ja wo schießt er hin leckte krieg ich was an mich und da krieg ich mir auch was an mich haben jetzt jawoll taliska das ist 1 zu 0 für die für den stürme so weiter geht's hallo ich würde jetzt sagen drückt x aber ich bin hier kein playstation so ball abnehmen nach vorne ja ich wollte gerade sagen er bekommt hier freistoß die außen ich bin mir hier nach vorne aber 20 wieder durch taliska ja ich will das nicht sehen ich hier künstlich in die länge ziehen jawoll jeder der meister eda hat getroffen ja meister eda gleich schon halbzeit kommt drauf und nach vorne soll das was soll das hallo wieder angreifen ja danke so gleich halbzeit und halbzeit 30 sehr schön finden wir normalerweise besser sein so sehr schön und nach vorne ja hallo ich drücke hier ihr seht ihr leider die buttons hinter mir nicht aber ich drücke hier passen und er passt nicht hier wieder hallo passen schade ein abstoß für ihn komm schon schießen wir mal drauf so geht doch neymar neymar mit dem 4 zu 0 sehr schön oh immer die länge ziehen hier wer will denn schon hier die highlights sehen von dem tor äh ok hätte ich wahrscheinlich eher und drauf auf halt brand hätte ich schießen sollen so ab in die mitte hier mit dem ding hä was also diese steuerung ich krieg was an mich jawoll drauf schießen bam 5 0 durch taliska ja stark 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 wie viele tore macht ihr so in so einem spiel kannst du ja mal in die kommentare schreiben oder ein böses angriff weil es angriff bin ich ja einfach eine mitte manchmal außer es geht gegen leichtere gegner oh nein ich wollte jetzt grad schießen äh jawoll ich hab ihn nochmal ich hab ihn nicht mehr he he oh leck oh leck oh leck aber wenigstens hat er keine chance aber kein wunder der hat ja ein ganz anderes team äh bisschen schwächeres versuchen wir mal aus der ferne zu schießen ja 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 komm nein tor hat gehalten ah was ein schwachsinn ja ey die ecken sind sowas von scheiße nochmal oh der war gar nicht schlecht der hätte gar kein direkt reingehen ja das soll doch zu mir und nicht zum gegner hallo jawoll spielende und das passt ja zu meinem videoende und so holen wir uns gerade noch hier das objektsat hier alle anzeigen zack ach tschu au ein augenblick ich glaub ich kann mir noch hier eine boni holen jawoll holen wir uns noch hier den bronzepack broncher öffnen wir den mal und wir bekommen 1000 münzen und eine wildcard so dann können wir den hier schon mal anklicken der ist in einer stunde freigeschaltet so ja hier ist meine liga leider ist einer rausgegangen er hatte gemeint er könnte hier werbung machen für jemand anderen hier zum beispiel der dominic finde ich natürlich nicht so schön ist auch schön dass er rausgegangen ist ja also ich hätte gerne ein turnier gestartet jetzt aber ich weiß nicht ob das noch funktioniert ja ich beende jetzt hier somit diese folge und ich hoffe euch hat's gefallen bis zum nächsten mal und ciao ciao